von den Verlierern und Gewinnern der KI. Wie soll das in der realen Arbeitswelt laufen? Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, wie das in der Arbeitswelt von uns Menschen laufen soll? Wir haben intensiv darüber nachgedacht, was allerdings noch mehr Fragen aufgeworfen hat. Wie sollen wir als Arbeitgeber in Zukunft beurteilen, welche Fähigkeiten ein Bewerber wirklich hat? Der eine oder andere hat vielleicht, wie schon geschehen, seine Arbeiten in Schule oder Studium mit der KI gelöst. Wie sollen wir als Führungskräfte die Arbeitsleistung von unserem Team beurteilen, wenn doch ein Teil der Leistung mit KI erbracht sein könnte? Auf welcher Basis soll dann eigentlich ein Gehalt gezahlt werden, wenn die Leistung möglicherweise keine Eigenleistung ist? Und wie soll ein Kunde für Leistungen zahlen wollen, wenn doch die Leistung vielleicht sogar gar nicht vom Dienstleister selbst erbracht wurde, sondern möglicherweise von der KI? Wie sollen Unternehmen überhaupt noch Geschäfte mit der Leistung von Menschen machen können? Und wovon sollen Angestellte leben, wenn ihre gegebenenfalls nicht mehr gefragte Arbeitsleistung auch nicht mehr bezahlt werden kann? Wer sind wohl die Gewinner der KI? Anfänglich wurde die KI als kostenlose Services eingeführt. Es fühlte sich fast sozial an, wie ein schöner Spielplatz für alle. Nun werden Stück für Stück aber alle Leistungen und Plattformen kostenpflichtig. Was meinen Sie, wer wird wohl den Gewinn bei der Sache einfahren? Vermutlich werden insbesondere die großen internationalen IT-Unternehmen die größten Gewinner sein. Daher wird es auch schlüssig, dass die Firmen so viel investiert haben in die KI. Irgendwie muss das investierte Geld ja zurückkommen. Wir Menschen werden die KI-Verlierer sein. War nun mal ernsthaft. Wir haben alles ausprobiert mit der KI bzw. den verschiedenen Plattformen. Das Malen, Programmieren, Fotografieren, Texten, Recherchieren, sogar das Dichten. Eines sei ganz klar gesagt. Vielleicht auch, weil es in Zeiten, wo die KI alles machen kann und irgendwie alles können soll, sagen muss, dieses Buch hier habe ich gänzlich selbst geschrieben mit meinen Erlebnissen, Gefühlen und Gedanken. Das Lektorat des Buches ist von meiner 84-jährigen geistig noch sehr regen Mama gemacht. Das Foto auf dem Cover hat ein Fotokünstler von mir in seinem Studio gemacht und dabei toll meine Emotionen eingefangen. Das schöne Layout sowie das barrierefreie EPUB-Format und das barrierefreie PDF hat meine Designkollegin gemacht. Das Hörbuch zum Buch habe ich selbst eingesprochen. Meine Kollegen haben mich vollumfänglich unterstützt bei der Publikation und Verbreitung. Sogar ein selbst aufgesetzter, unprogrammierter Shop wurde erstellt. Die KI haben wir ausschließlich für die Illustrationen in diesem Buch benutzt. Konkret mit Journey und Adobe, jeweils mit den entsprechenden korrekten Bezahlaccounts. Das Hauptwerk ist insgesamt menschengemacht mit Profession und Passion. Rundum sind dabei unsere besonderen Fähigkeiten, Erfahrungen, Ideen und Gefühle eingeflossen. Etwas, was nur Menschen bieten können. Wir haben uns also aus unseren Berufen und unserer Berufung heraus entschieden, alles per Hand durch unsere Expertise, Kreativität, Erfahrung, Leidenschaft selbst zu machen, weil wir es können und weil wir es gerne tun. Die KI hätte aber im Grunde auch vieles tun können. Vielleicht wird sie in ein paar Jahren auch genau solche Dinge machen. Dinge, die sonst Menschen machen, die sie beruflich erlernt haben, die sie gern machen und mit denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen. So ist das nun mal bei Berufung und Beruf, so wie im Arbeitsmarkt mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Verletzt die KI vielleicht Menschenrechte? Damit kommen wir zu dem Punkt, wo die KI gerade eventuell auf dem Wege ist, Menschenrechte zu verletzen. Wie schon in einem vorherigen Kapitel geschrieben, gehören die freie Berufswahl sowie das Recht auf Ausüben einer auskömmlichen Arbeit zu den Menschenrechten, die jedem Menschen durch sein Menschsein zustehen. Aber schon heute ist anzunehmen, dass wahrscheinlich in einem Jahrzehnt oder noch schneller über 30 Prozent der Arbeitsstellen in der Kreativbranche durch die KI ersetzt und damit für Menschen als Arbeitsplatz zerstört sein werden. Da heißt es aktuell in 2023 gerne noch, dass die Gesellschaft da schon irgendwie gegensteuern wird und dass so etwas bestimmt nicht passieren würde. Wir in unserem Team als grafisch, textuell und technisch Kreative sind nicht unbedingt der Hoffnung, dass hier die Gesellschaft genügend gegensteuern könnte. Der Zug der KI rollt. Die ganz großen Unternehmen ziehen kräftig dran und hängen ihren neuen Geschäftsmodellen auch schon an der KI. Milliardeninvestitionen in die KI macht man nicht, wenn man davon nicht profitieren will. Zudem ist die KI doch auch der Stern, der über allem steht. Jeder sagt etwas dazu und macht etwas damit. Wehe aber, man sagt etwas dagegen und macht nicht mit. Dann ist man ein ewig gestriger, der noch mit der Pferdekutsche fahren will. Der Verhinderer von Fortschritt und Innovation, die Spaßbremse der gesamten IT- und Kreativbranche. Mein Entwicklerkollege hofft ein wenig auf das gesellschaftliche Regulativ, so wie beim Wandel von Kutschen zum Auto. Aber sind in unserer jetzigen Gesellschaft nicht Autos noch der Punkt, an dem niemand rühren darf? Hauptsache ich habe ein schickes Auto und kann schnell fahren. Hauptsache unsere schöne Autoindustrie läuft an unserem Standort Deutschland allein schon wegen der Arbeitsplätze. Dresden beherbergt die gläserne Manufaktur von VW, ein Vorzeigeobjekt und der ganze Stolz der Stadt. Dort werden nur noch mit wenig menschlichen Zutun die schicken Autos hergestellt. So wie hier durch Automatisierung Menschen ersetzt wurden, wird es auch bald in anderen Branchen wie der IT, der Medien und der Kreativbranche durch die KI passieren. Über Risiken und Nebenwirkungen dieser KI-Allheilmedizin denkt man nicht so wirklich nach. Es fehlt an empathischen und ethischen Gedanken, aber auch am gesellschaftlichen Diskurs und an Lösungen bei der Vernichtung von Jobs, die Menschen wirklich lieben, wie schreiben, gestalten, fotografieren, programmieren, Video und Musik. Die Menschen ganzer Branchen sind davon bedroht. Leider redet man nur zaghaft darüber. Lösungen sind kaum in Sicht. Als das vor einigen Jahren mit Robotik und KI mehr und mehr aufkam, hatte man uns noch versprochen, dass die KI und die Roboter die unangenehmen Dinge machen würden. Schönes Bürgergeld oder Grundeinkommen solle es geben bei geringerer Arbeit. Dieser Lebensunterhalt solle von den KI-Firmen gezahlt werden, die mit der KI ihr Geld verdienen. Auch hieß es, dass wir Menschen dadurch mehr Zeit für die kreativen, schönen oder sinnstiftenden Tätigkeiten hätten. Und wo stehen wir nun? Die KI macht genau diese schönen Sachen. Wir Menschen müssen die verbleibenden Jobs machen oder haben vielleicht bald gar keine Arbeit mehr. Dumm gelaufen. Ein Versuch des positiven Ausblicks zur KI. Zu den ja teils traurigen Geschichten dieses Buches konnte ich am Ende einen positiven Ausblick bieten mit Anregungen, wie eine menschenfreundliche, digitale Welt ausgestaltet sein könnte. Das fällt mir bei diesem Kapitel leider sehr schwer. Mich beschleicht irgendwie das dumpfe Gefühl von Szenarien, wie wir sie aus Hollywoodfilmen kennen. Wenn wir es einfach weiterlaufen lassen mit der KI, der Robotik und der Automatisierung, sind diese Befürchtungen vielleicht sogar berechtigt. Die einzige Chance sehe ich darin, dass wir mehr von dem zum Einsatz bringen, was uns Menschen im Positiven ausmacht. Nämlich Moral, Mitgefühl und Leidenschaft, Erfahrung und Praxis, Ethik und Emotionen, Visionen und Ideen, musische Fähigkeiten und Handwerkskunst. Aber auch das Soziale macht uns Menschen aus, im Füreinander und Miteinander, durch Zusammenhalt und Verantwortung für andere. Vielleicht auch Glaube und Hoffnung, sowie die Liebe, die Liebe zur Menschheit, zu uns selbst und die zu unserem Nächsten, aber auch die Liebe zur Natur. Dies alles kann künstliche Intelligenz nicht leisten. Das kann nur die emotionale Intelligenz, also die menschliche Intelligenz, die Menschlichkeit.